So und damit willkommen zurück zu WoW. Wir sind immer noch in der Gruppe mit dem etwas langsamen Pala-Tank, dem angenehmen Schurken, dem Hexer, der nicht zum Schaden machen kommt und dem ganz coolen Heiler. Na, Kraut, Blume, an die können wir so alleine nicht rangehen, glaube ich. Ich glaube, die hatten irgendein Schild. Was haben die denn da jetzt? Okay, extra nochmal zurückkommen hier. Hexer heißt unwirklich. Das heißt, der existiert gar nicht. Musst du mal den nicht bei irgendeinem Scheiß kicken? Ich weiß es nicht mehr. Ne, hier war das. Kriegen, glaube ich, die Kleinen das Schild und der Große gibt das oder was andersrum? Gehen die mal pullen. Hey, komm her. Oh, oder es gibt gar kein Schild mehr und der Große zerfällt nur noch in viele Kleine. Oh, schau. Der Pala da gerade gebergbaut? Ne, aber irgendwer hat. Oh, wir konnten ihn nicht executen. Gemeinheit. Hallo? Nutz doch deine Fähigkeiten, wenn ich sie drücke. Kann ich mir jetzt zugucken? Dann mach ich halt alleine. Damit habe ich auch kein Problem. Beschrieben? Nö. Oh, wir haben keine Wut für den Boss. Nicht cool. Das heißt, wir müssen mit Charge ran. Oh nein, das war doch der, der einen aussetzen lässt, oder? Wenn ich mich da recht erinnere. Das landet dann die ganze Gruppe. Naja. Hex-Cute! Oh ja, das brauchen wir unbedingt. Der hatte gerade schon wieder... Oder war das der Hexe? Beim Hexer könnte ich es verstehen. So, den Sprint angemacht, um dich dann weiterzuziehen. Alles bekommen. Das ist dieser hässliche Pala-Tank. Der würfelt auf alles, was er würfeln darf, oder? Dann machen wir das wohl jetzt auch. Weißt du, wenn alle auf Gier würfeln, kann ich das ja immer irgendwo verstehen. Oh, sowieso keiner mehr den Scheiß. Aber wenn man sich dann erdreistet, auf jeden Scheiß, den man kann, Bedarf zu würfeln... Finde ich Hass bei so den Leuten. Unglaublich. Weil wenn das noch jemand wäre, der wenigstens ein bisschen aus dem Arsch kommen würde. Aber der Typ pennt ja hier halb ein. Oh, Schocke. Du links, ich rechts? So, ich hab meinen. Und deinen. Oh, wir haben ja auch den Crit-Buff. Oh. Wie weit sind wir jetzt eigentlich bei unseren Trollen? Wohlwollend. Das heißt, wir könnten die Tasche schon gleich kaufen. Denk dran, Wut aufheben. Nicht ausgeben. Alles sparen. Ach nein, wir hätten sie noch ausgeben können. So, jetzt aber sparen. Kein Execute. Leider. Würde so gern. Null Wut, null Wut, null Wut. Endlich, wir kriegen wieder Wut. Ach, ist das schön. Nein. Lass mich halt noch weiter weg. Ja, die hat ja ein bisschen mehr Leben. Stimmt. Ich erinnere mich. Oh, ich denke. Nee, Execute. Kommt. Hepp. 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 Und noch einen. Ach, schade. Ich hab mir recht. Wir sind hier. Nur Shit. Und noch mehr Shit. Wir nehmen den teureren Shit mit. Wir looten hier einmal. Dann gucken wir mal, ob unser toller O-Paladini auf alles wieder Bedarf macht. Oh, nee. Diesmal nicht. Bin ja begeistert. Aber wieso legt der denn ab? Vielleicht noch unbedingt mal Zusatzpass machen, oder was? Ich bin ja begeistert. Oben. Und executen. So. Bitte, Schuhe. Warten, was der Pala macht. Oh. Wartet. Der Pala steht noch oben. Gut. Können wir den jetzt anmelden? So gütig. Nehmt doch bitte an. Oder der letzte. Wir haben noch gar nicht ins... Oh. Beutelchen geguckt. Beutelchen ist aber da. Eventuell. Ja. Oh, schon wieder. Mensch. Ist der Ring denn besser? Ist nicht besser. Genau der gleiche Cap. Cap? Was auch immer ein Cap ist. Kann der Denk bitte annehmen? Alter. Und wieder hier. Kann da nicht hochspringen. Schade eigentlich. Willst du nicht wieder den ganzen Cap mitnehmen? Alter. Oh, das ist nicht gut. Weil die machen ein bisschen mehr Schaden. Hopp. Naja. Aber auch nicht genug. Ich glaube, wir hatten. Ruf ab. Nö. Brauche ich auch nicht zurücksetzen. Ah, Gott. Warum ist denn der Schurke weggelaufen? Jetzt müssen wir hier eine Stunde Mobs lutschen. Und nichts geht vorwärts. Ich weiß schon, dass sie sich hauen lassen, vielleicht nicht so optimal bei den Viechern ist. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Weiter. Ich glaube, der Schurke versucht den Boss alleine. Ich glaube, der Schurke versucht den Boss alleine zu machen. Was? Wieso kamen sie denn da diesmal gleich raus? Oh, natürlich. So passt es schön weiter. Hat der Schocken den Bus jetzt eigentlich geschafft? Wahrscheinlich nicht. Oh, komm. Zack, Entschlut, rein, bang. Oh nein! Kann man den nicht rauswerfen? Nein, scheinbar nicht. Na gut. Kostet halt alles mehr Zeit dafür, dass er irgendwo rum bemüht. Ja, der Pala hat es erstmal gebabbelt. Ist richtig. So läuft das, als Pala denkt. So ist das System verstanden. So, weiter bitte. Was gibt's denn hier? Doch, da macht er Bedarf drauf. Behindert. Hier geht mir auf den Sack. Rollt die ganze Zeit irgendwelche Scheiße, die kein Mensch braucht. Und rollt auf jeden Scheiß. Oh, der Heiler hat wohl keinen Bock mehr. Alter, jetzt lasst du diese Scheiß-Mobs da stehen. Echt nicht sein Ernst hier. Da kommt der Schurker auch mal wieder. Hooray! Komm schon, wir müssen Wut farmen. Wut farmen. Wut farmen. Bewege dich. Bewege dich. Bewege dich. Oh Scheiße. War doof. Oh, er hat einen Schwammhaal bekommen. Boah geil. Und Goldtorn. Hoi. Da mir der Pala denk aber auf den Sack geht. Und ich darauf keine Lust mehr habe, würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oder ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen im Aha shoppen gehen. Ach. Bevor wir uns im nächsten Part wieder sehen und ich schluss sage, können wir noch zum Briefkasten gehen. Waren wir das schon? Ich glaube nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaub da liegt noch was drinne. Warum lebt denn das hier zu lange? Was ist denn da los? Hallo. Danke schön. Achso und wir müssen ja unsere Quest noch abgeben. Ja, wir haben auf jeden Fall Post. Bin ich grad. Tube. Naja, Sachen abgelaufen. So und wieviel gab es jetzt? Geldmäßig 28 Gold. Naja. Für unser Level in Ordnung denke ich. Oh, haben wir eigentlich? Ja. Was war diesmal im Säckchen? Schultern. Die wir nicht brauchen. So und ich werde vom nächsten Part glaube ich mal wieder das Inventar leer machen. Also nur den kleinen Scheiß hier verkaufen wie Käse trinken und Milch und Fleisch und sonst was, was man essen kann. Und dann sind wir eigentlich auch schon bald 39. Dann sind wir 40 und dann kriegen wir endlich Wirbelwind. Ich hoffe. Ne, man hört das Klicken nicht. Ich dachte man hört das Klicken von der Maus, weil das habe ich nämlich auf so einer Seitentaste auf der, oh jetzt muss ich überlegen. Da, auf der 5. Leuchtet ja wunderschön schon. Und die klickt relativ laut, weil das eine normale Maus ist und keine neue Maus. Aber es geht so. Gut. Dann soll es das aber für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.